Hier haben wir einen schönen Ton. Und hier haben wir Blumen. Schöne Blumen. Das ist der Reise. Das sind alle Blumen. Da hat das nicht funktioniert. Diese schönen Blumen da. Einfach so reinstellen. Wir werden jetzt kurz zur Hand. So kommt es weg. Entstürmen in einen Joghurtbecher. Dann nehmen wir das Wasser hinein. Das zücken wir zum Blumengießen rein. Dann stellen wir diesen da hinein. Und werden den Rand mit Steinen voll machen. Mit schönen Runden. Die sind sogar sehr dick. Dann werden wir einen Schotter nehmen müssen. Dass das nicht wackelt. Und so werden wir das hinkriegen. Alles gut mit dem Waren. Und so wieder das. Es wird nicht so groß. Siens jetzt. Es wird nicht so groß.